Bitte anschnallen, es geht los mit dem Dauerregen, beziehungsweise gestern gab es ja auch schon starken Regen regional. Da sind vor allen Dingen einzelne Schauer und Gewitter kaum von Ort und Stelle vorangekommen, brachten zum Teil mehr als 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist aber nur Pipifax gegen das, was uns da in den nächsten 24 bis 36 Stunden erwartet, teilweise auch 48 Stunden. Wir sehen hier das ganz frische Modell vom französischen Wetterdienst. Und da sehen wir Spitzenwerte in Bayern, zum Teil knapp 160 Liter Regen pro Quadratmeter. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Seit mehr als einer Woche verfolgen wir nun diese Unwetterlage, diese potenzielle Unwetterlage, vor allen Dingen in Süddeutschland. Ein großer Schwerpunkt wird Bayern sein, teilweise aber auch Baden-Württemberg. Sachsen und Thüringen sind nicht mehr so ganz im Fokus, aber auch dort gibt es zum Teil kräftige Regenfälle und zum Teil reichen die Regenfälle rüber bis nach Südhessen und bis in das südliche Rheinland-Pfalz. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Die große Schütte, sie hat schon begonnen. Besonders südlich der Donau ist der starke Dauerregen bereits angekommen. In den Alpen übrigens, da sinkt die Schneefallgrenze immer weiter ab. Zeitweise kann es heute und morgen ab 1800 Meter Schneeregen oder Schnee geben. Da gibt es also kurzzeitig nochmal einen Wintereinbruch. Winterlich war es nicht überall gewesen gestern, zum Teil nochmal ein Sommertag. Das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal der Blick auf die aktuelle Unwetterlage laut deutschem Wetterdienst. Wir sehen mittlerweile schon scharf geschaltete Unwetterwarnungen, vor allem hier in Bayern, aber auch teilweise in Baden-Württemberg, im Osten von Baden-Württemberg und hier im Westen von Bayern runter bis an die Alpen. Da gelten bereits aktive Unwetterwarnungen vor langanhaltendem Starkregen. Weiter nach Norden Richtung Thüringen und Sachsen gelten noch die Vorwarnungen. Da wurden noch keine scharfen Unwetterwarnungen ausgegeben. Aber die Dauerregenwarnungen gelten zum Teil auch rüber bis nach Hessen, Südhessen rein, bis ganz rüber an den Rhein. Auch da kann es zum Teil kräftigen Dauerregen geben. Die exakte Lage dieses Unwettertiefs ist immer noch nicht so ganz sicher. Es wird noch munter hin und her gerechnet. Das schauen wir uns gleich mal im großen Modellvergleich an. Wie gesagt, gestern gab es nochmal einen Sommertag. Zumindest zwei Wetterstationen in Brandenburg haben die 25,0 Grad überschritten und damit gab es dort einen Sommertag. Höchster Wert war 25,9 Grad gewesen. Ansonsten Temperaturen so um die 23, 24 Grad. Und wir sehen alles im Grunde im Osten unseres Landes. Da geht dieser Maisommer einfach mal munter weiter. Teilweise gab es da schon so sieben bis zehn Sommertage. Wir blicken mal auf die tiefsten Höchsttemperaturen von gestern. Natürlich vorne mit dabei die Zugspitze fast 3000 Meter. Welch Wunder. Eine Höchsttemperatur gestern von 0,6 Grad. Platz zwei der Feldberg im Schwarzwald knapp 1500 Meter hoch. 7,9 Grad. Und wir sehen hier eigentlich waren es immer die höheren Lagen, die gestern am kühlsten waren. Da war die Wassergruppe mit 14,2 Grad. Und nass ist es eben auch schon gewesen. Ich sagte es eingangs bereits. Hier mal die Regensummen von gestern morgen 8 Uhr bis heute morgen 8 Uhr. Ganz vorne mit dabei. Niedersachsen über 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Platz zwei. Meckpom 42,6 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch beim DVD quasi vor der Haustür Offenbach-Wetterpark gab es über 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Es war also gestern teilweise auch ein richtig nasser Sonntag gewesen. Aber alles kein Vergleich zu dem, was uns da noch in den nächsten Stunden im Süden erwarten wird. Wir schauen auf die Monatsmitteltemperatur für den Mai seit 1881. Hier liegt aktuell unser Mai 2024. Es bleibt dabei, der Mai 2024 ist im Bereich der wärmsten Mai-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aktuell Platz vier, Platz fünf. Es springt so ein bisschen hin und her. Viele werden wieder sagen, ja meine Güte, kann doch gar nicht sein. Es gab nur Regen. Ich wiederhole mich. Aber egal, ob es regnet. Trotzdem kann ein Monat auch warm gewesen sein. Es zählen alle Temperaturmessungen dazu von allen Wetterstationen von 0 bis 24 Uhr vom 1. bis zum 31. Mai. Und das ist die mittlere Temperatur für ganz Deutschland, das Temperaturmittel. Und es ist nun mal so, wie es ist. Auch wenn andere dann sagen, ich habe geheizt bis gerade letzte Woche. Ja gut, schön und gut. Aber trotzdem, an den Fakten verendet das nun mal auch nichts. Es ist, wie es ist. Und der Frühling 2024 ist wohl ganz oben gelandet auf Platz eins. Das wärmste Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor mehr als 140 Jahren. Platz eins bisher, das Jahr 2007. Da werden wir wohl dieses Mal drüber landen im Jahr 2024. Kommt einem Gefühl auch nicht so wirklich vor. Weil man verbindet eben mit Regenwetter immer, es muss kalt sein. Aber es war ja nicht ständig kalt. Trotz des Regens hatten wir eben relativ hohe Temperaturen. Und auch diese kleine kühle Phase im April hat im Grunde überhaupt nichts ausgemacht. Der Frühling fällt rekordwarm aus in diesem Jahr. Jetzt der große Regensummenvergleich. Wir hatten eben schon das französische Wettermodell gesehen. Jetzt der Blick auf das deutsche Wettermodell. Icon bis zum Sonntagabend. Auch da sehen wir nochmal deutlich angezogen. In der Spitze im südlichen Teil von Baden-Württemberg und von Bayern knapp 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Also besonders betroffen ist hier Baden-Württemberg. Teilweise auch hier Bayern. Vor allem nach Westen hin. Es geht rauf bis nach Thüringen und Sachsen. Aber hier doch deutlich weniger als dieser große Regenbatzen, der hier gezeigt wird. Und wir sehen auch, der südliche Zipfel von Hessen ist vielleicht mit betroffen mit 70 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Im großen Rest doch deutlich entspannter. Da gibt es zwar auch einzelne Schauer und Gewitter, aber kein Vergleich zu diesem Mega-Regenbatzen hier in Süddeutschland. Da können also Keller voll Wasser laufen, Straßen überschwemmt werden. Wir erwarten ein größeres Hochwasser, wahrscheinlich ein recht flächendeckendes Hochwasser. Wie hoch die Pegel steigen werden, kann man aktuell noch nicht abschätzen. An einigen kleinen Flüssen und Bächen drohen vielleicht Rekordpegel. Wir werden das hier bei Wetter.net natürlich gut im Auge behalten. Wir schauen auf das amerikanische GFS-Modell. Auch hier die neueste Prognose, der Null-Urlauf. Wie gesagt, der Null-Urlauf und der Zwölf-Urlauf sind immer mit den besten Daten gespickt. Haben quasi die beste Datendichte deutlich besser als beispielsweise der 18-Urlauf oder eben der 6-Urlauf. Deswegen schauen wir hier immer auf die Null-Urläufe, denn die geben ein deutlich besseres Bild ab. Wir schauen auf die Niederschlagsmengen bis zum Sonntagabend nach dem amerikanischen Wettermodell. Und da sehen wir den Schwerpunkt eher ein bisschen weiter nördlich, im Norden von Bayern, teilweise auch im Norden von Baden-Württemberg. Ansonsten liegt da alles relativ ähnlich. Wir schauen weiter auf das europäische Wettermodell. Das macht es vor allen Dingen sehr flächig im süddeutschen Raum. Von Baden-Württemberg bis weit rüber nach Bayern 80 bis 110, teilweise 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Aber auch hier blieb es weiter nach Norden. Ziemlich nass, einzelne kräftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Der Blick weiter auf das kanadische Wettermodell. Auch das hat ziemlich viel Regen mit im Gepäck. Allerdings etwas reduziert. Was heißt etwas? Vor ein paar Tagen wurden da in der Spitze noch 220 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. Jetzt nur noch in Anführungszeichen bis zu 120, 130 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hat sich also mit den Regenmengen an die anderen Modelle etwas angepasst. Aber auch hier gilt zum Teil der südliche Zipfel von Hessen ist mit dabei. Baden-Württemberg zu großen Teilen, vor allem in der Osten von Baden-Württemberg und fast ganz Bayern ist betroffen von den heftigen Niederschlägen. Besonders nach Franken rauf bis zu 120, teilweise 130 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch das britische Wettermodell mit flächendeckenden Niederschlägen. Zum Teil in ganz Baden-Württemberg und in ganz Bayern in der Spitze bis zu 130 Liter Regen pro Quadratmeter. Es ist schon erstaunlich, wie diese Wettermodelle seit sieben Tagen ungefähr diese Wetterlage frühzeitig allesamt erkannt haben. Und allesamt hatten diese heftigen Niederschläge drin. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte Leistung, gerade bei Niederschlägen. Die sind ja immer mit am schwersten vorherzusagen. Und gerade so ein 5b-artiges Unwettertief, 5b, warum heißt es 5b? Da gab es mal einen Herr van Bebber, einen Meteorologen. Der hat mal alle möglichen Wetterlagen benannt, nach verschiedenen Ziffern und Zahlen. Frömisch 5b war eben die Wetterlage für ein Tief, was hier vom Golf von Genua die feuchten Luftmassen ansaugt, zu uns reindrückt und dann für starken Regen sorgt. Deswegen 5b-Wetterlage, weil das Ganze eben mal so in einem, glaube ich, meteorologischen Buch veröffentlicht worden ist. Und da wurden eben die ganzen Wetterlagen klassifiziert. Es gibt auch noch andere Wetterlagen. Wir schauen jetzt mal auf die Ensemble-Prognose bis zum 16. Juni für Schweinfurt. Schweinfurt? Oh, okay. Schweinfurt. Für Schweinfurt in Franken schauen wir auf die Ensemble-Prognose bis zum 16. Juni. Und wir sehen erst mal, es ist nasses Wetter angesagt in Schweinfurt und dazu zum Teil kräftiger Regen. Ja, und dieser kräftige Regen betrifft eben ganz Franken. Ich hatte es schon gezeigt, in Franken kann ein Schwerpunkt sein bei dieser Wetterlage, zum Teil mit kräftigen Niederschlägen. Die Temperaturen dementsprechend um die 15 Grad. Die Tage danach werden dann langsam etwas wärmer wieder. Und da haben wir so einen kleinen Hang Richtung Frühsommer. 25 Grad im Verlauf der nächsten Woche. Schauen wir uns gleich nochmal an. Da sind sogar punktuell bis zu 30 Grad möglich. Sehen wir auch hier erste Ausreißer Richtung 30 Grad. Danach sinkt das Temperaturmittel aber wieder ein klein wenig ab. Was sehr konstant bleibt, sind die kräftigen Schauer und Gewitter. Gerade da, wo es wieder wärmer wird, da lebt die Schauergewitter- und Unwettertätigkeit wieder mächtig auf. Das heißt, aus dieser Nummer, nass, 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 mit Gewitter, mit Starkregen, kommen wir so schnell nicht raus. Auch nicht in Schweinfurt. Wir schauen nach Düsseldorf und auch hier auf die Regenmengen. Da kann man sich eigentlich glücklich schätzen. Da gibt es nicht wirklich viel Regen. Da bleibt nicht so viel übrig von diesem Dauerregen. Da kommt ein bisschen was an. Aber auch hier sehen wir, ab dem 8., 9., 10. Juni verstärkt wieder Signale. Es wird nämlich auch hier wärmer im Mittel um 25 Grad. Ausreißer bei über 30 Grad. Hier droht schon wieder diese schwülwarme Gewittersuppe mit heftigen Schauern und Gewittern. Zum Teil eben auch mit jede Menge kräftiger Gewitter. Wir schauen weiter auf die Großwetterlagenkarte. Und das Tief Quirina, das sorgt bei uns in Deutschland dann doch eben für dieses Unwetter. Dieses Unwettertief, das setzt sich hier genau über den Südosten, bringt zum Teil stundenlangen Dauerregen. Ja, und das wird eben die große Problematik sein. Es zieht kaum von Ort und Stelle und bringt diese heftigen Regenfälle. Nochmal, wir haben hier bei Osteuropa dieses Fette hoch. Komplett hier liegt es. Wir haben hier auf dem Atlantik den Willi liegen. Und zwischen Willi und dem namenlosen Hoch, ich glaube, es hieß mal Uwe, liegen eben immer wieder diese Tiefs. Und die schwurbeln und schwurbeln und schwurbeln und schwurbeln hin und her und bringen zum Teil kräftigen Dauerregen. Und am Freitag dann, heute geht es los mit dem Dauerregen. Im Süden von Deutschland hat es schon angefangen, südlich der Donau. Und diese Regenfälle breiten sich weiter aus Richtung Thüringen, Sachsen, teilweise Schwerpunkt Bayern, Baden-Württemberg. Zum Teil stundenlanger Dauerregen, nicht mehr als 10 bis 11 Grad bei Dauerregen. Dauerregen ansonsten so 15 bis 24 Grad hier im Raum Berlin-Brandenburg. Schon wieder recht frühsommerlich warm mit Sonnenschein. Ansonsten viele Schauer und Gewitter auch mal mittendrin. Und eben das Starkregen- und Hochwassersymbol ist drohend, schwere Überschwemmungen im süddeutschen Raum. Denn dieser Dauerregen geht auch in der Nacht munter weiter. Der Schwerpunkt Bayern, Baden-Württemberg. Es brasselt, es brasselt, es brasselt. Aber auch dann in Sachsen und Thüringen zum Abend verstärkter Regen, zum Teil mit Überschwemmungsgefahr. Nach Norden, da lockern die Wolken auf. Es bleibt auch überwiegend trocken. Wir schauen auf den Samstag. Es geht nicht anders weiter wie gehabt. Kräftiger Dauerregen im Süden bei nur 13 Grad. Drumherum zum Teil Starkregenpotenzial durch einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Auch hier gilt überall Überschwemmungspotenzial. Ganz im Norden, an der Ostseeküste, an der Nordseeküste, in Schleswig-Holstein, 19 bis 22 Grad, recht viel Sonnenschein. Hier merkt man von all dem wenig. Hier beginnt der meteorologische Sommer standesgemäß mit Sonnenschein. Ansonsten hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, Badewetter im Süden in Sachen Regen, Flutgefahr, Hochwassergefahr. Und dieses nasse Wetter geht auch am Sonntag weiter. Starker Regen, vor allen Dingen in Bayern und Baden-Württemberg, weiterhin Überflutungsgefahr. Achtung aufgepasst, Keller können volllaufen, Straßen überschwemmt werden. Großräumiges Hochwasser ist möglich, bitte beachtet gut. Die Hochwasserwarnungen in Baden-Württemberg vor allen Dingen und in Bayern, aber auch in Sachsen und in Thüringen. Mittendrin immer wieder Schauer und Gewitter. Weite nach Osten und nach Norden dagegen, recht freundlich, 18 bis 23 Grad. Da scheint auch immer wieder mal die Sonne. Ab Montag ist der Spuk vorbei, kaum noch Regen, aber viele Wolken. Vor allen Dingen nach Norden, im Süden etwas Sonnenschein, Temperaturen 15 bis maximal 22 Grad. Aber ha, am Dienstag ist der Regen schon wieder da. Neue Schauer und Gewitter, es geht von vorne los. 19 bis 23 Grad, aber eben nicht mehr so flächendeckender Regen wie vorher. Doch punktuell sind schon wieder einzelne kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial nicht ganz ausgeschlossen. Am Mittwoch vorübergehend, wir sehen es hier, es wird wärmer. Ein Hauch von Sommer erreicht uns in Deutschland, vor allen Dingen im Süden und der Landesmitte. 24 bis 26 Grad, plötzlich viel Sonnenschein, plötzlich Sommerwetter bei uns in Deutschland. Nach Norden und Osten noch wechselhafter, 19 bis 22 Grad. Und der Donnerstag, es ist eine Momentaufnahme, das kann sich nochmal ändern, aber man mag es kaum glauben. Auf dieser Wetterkarte, 21 bis knapp 30 Grad, überall richtig viel Sonnenschein. Sonnenschein, bestes Sommerwetter, da könnte man glauben. Jetzt startet der Sommer so richtig durch, aber weit gefehlt. Der weitere Wettertrend, die Rechnung kommt direkt hinterher. Nächstes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Zwar warm, aber teilweise schwülwarm, gewittrig. Am Freitag bis 32 Grad, danach wieder deutlich kühler. Mittendrin aber kräftige Schauer und Gewitter. Und erneut regional verbreitet, Unwettergefahr, Starkregengefahr, Starkregen nicht nur alleine. Mit Hagel, Sturmböen, das volle Programm. Es wird also wahrscheinlich erstmal sehr wechselhaft weitergehen. Und wir schauen auf den Samstagmorgen. Da sehen wir das Gewittertief östlich von uns liegen. Das Unwettertief, besser gesagt, östlich von uns mit seinem Zentrum. Und von Sachsen über Thüringen bis nach Bayern und Baden-Württemberg, teilweise rüber bis nach Hessen und Rheinland-Pfalz. Da fällt zum Teil lang einhaltender Dauerregen in den Alpen. Da schneit es oberhalb von 1700 bis 1800 Meter. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Prognose bis zum 15. Juni. Und auch hier sehen wir insgesamt, es sieht sehr durchwachsen aus beim Niederschlag. Immer wieder Niederschläge bis zum 15. Juni. Also die erste Monatshälfte fällt sehr wechselhaft aus. Die Temperaturen um die 20 Grad. Anfangs später ein klein wenig wärmer. Ein paar Ausreißer Richtung 30 Grad. Marke, das Mittel um 20 bis 25 Grad. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Anfangs um die 20 Grad. Später wird es langsam etwas wärmer. Temperaturen um die 25 Grad. Spitzenwerte bis zu 30 Grad nicht ganz ausgeschlossen. Aber mit der schwülwarmen Plöre. Da kommen direkt wieder Schauer und Gewitter herangezogen. Also ein stabiles Sommerhoch ist weit und breit auch für den Westen in Deutschland erstmal nicht in Sicht. Aber trotzdem nächste Woche erstmal eine kleine Wetterberuhigung. Auch hier mit steigenden Temperaturen zum Teil 25 Grad und darüber. Wir schauen nach Ostdeutschland. Auch hier zunächst um 20 Grad. Viele Niederschlagssignale lassen später etwas nach. Aber ab dem 7. und 8. Juni geht es schon wieder los. Da wird es eben wärmer. Und direkt haben wir diese schwülwarme Luftmasse bei uns. Und die löst eben neue Schauergewitter und zum Teil auch Unwetter aus. Und so geht es weiter. Um 25 Grad im Mittel bis zum 15. Juni. Einzelne Ausreißer bei 30 Grad. Später sogar Einzelne mal bei 35 Grad. Es könnte also deutlich wärmer werden. Wir sehen aber auch, das Ensemble Mittel bleibt konstant. So um die 25 Grad. Und an dem bleiben wir erstmal dran. Viel Regen im Süden aktuell. Das sehen wir hier bei den Niederschlagssignalen bis zum 2. und 3. Juni. Heftige Ausschläge. Temperaturen nur um die 10 Grad. Danach wird es langsam wärmer. Das Temperaturmittel steigt auf Werte um 25 Grad. Und dann leben ratzfatz schon wieder die Schauer und Gewitter so richtig auf. Zum Teil mit kräftigen Unwetter. Mit Starkregen, mit Sturmböen und mit Hagel. Es geht wechselhaft weiter. Und auch in der Landesmitte entwickelt sich eine ähnliche Wetterlage. Zunächst um 20 Grad. Zeitweise Regen. Dann mal ein bisschen trockener. Die Temperaturen steigen Richtung 25 Grad. Marke an im Mittel. Und schon gibt es wieder neue Schauer und Gewitter. Wir kommen einfach aus dieser wechselhaften Wetternummer wahrscheinlich bis zur Monatsmitte erstmal überhaupt nicht raus. Wie es danach weitergeht, weiß heute noch kein Mensch. Und auch kein Meteorologe kann das wissen momentan. Der Juni bleibt wohl erstmal ein klein wenig wechselhaft. Apropos Juni. Der wurde übrigens weiter nach unten gerechnet. Was die Temperaturabweichungen angeht. Vor ein paar Tagen alles rot bis nach Frankreich. Da hätte es ein bis zwei Grad wärmer werden sollen als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Jetzt aber maximal nur noch in Anführungszeichen weit verbreitet 0,5 bis 1 Grad wärmer. Nur hier im äußersten Osten und im Norden ein bis zwei Grad über dem neuen Klimamittel drüber. Also so ein klein bisschen ist der Juni schon wieder nach unten reduziert worden. Wir schauen dazu auch nochmal auf die Niederschlagsabweichungen für den Juni 2024. Besonders nass könnte es in Süddeutschland werden. In den Alpen sehr viel Niederschlag wird da erwartet. Auch in der Landesmitte gibt es so einen kleinen grünen Balken. Das heißt auch hier insgesamt mehr Niederschläge als normalerweise in einem Juni zu erwarten wären. Und Richtung Nordwesten etwas orange. Und das heißt ja ein bisschen trockener als üblich. Also insgesamt wird noch mächtig am Juni hin und her gebastelt. Und wir erleben ja jetzt erstmal morgen den ersten Juni-Tag. Und der fällt ja auch direkt sehr sehr nass aus. Und dazu zum ganz großen Schluss nochmal der Blick auf ein Wettermodell mit den Regensummen. Und zwar auf das japanische Wettermodell. Da werden einige wieder lustig sagen, zeig doch mal das nordkoreanische Wettermodell. Habe ich gestern auch gelesen. Haben wir noch nicht bekommen bisher. Ich weiß noch nicht mal, ob es da überhaupt ein Wettermodell gibt. Haben die überhaupt ein Wetter? Auf jeden Fall bis Sonntag. Das japanische Wettermodell mit seinen Regensummen ist seit Tagen auch immer gut dabei gewesen. Hat auch immer so ungefähr die anderen Wettermodelle mit im Fokus gehabt. War recht ähnlich. Auch jetzt wieder recht ähnlich. Der Schwerpunkt hier im Osten von Baden-Württemberg, im Westen von Bayern. Auch hier in der Spitze 100 bis 110 Liter Regen pro Quadratmeter. Das Modell ist eben nicht so kleinkörnig aufgelöst wie die teilweise anderen Wettermodelle. Es ist sehr grob aufgelöst in diesem Fall. Aber auch hier ist ja eindeutig zu erkennen. Von Sachsen an Thüringen vorbei bis rüber teilweise nach Rheinland-Pfalz und Hessen. Da wird viel Regen erwartet. Schwerpunkt eben in Baden-Württemberg und in Bayern. Das deckt sich insgesamt mit den anderen Wettermodellen. Da steht uns also eine wirklich ordentliche Unwetterlage ins Haus mit schweren Regenfällen. Und ich sage es gerne nochmal. Hier und da müssen wir an Bächen und kleinen Flüssen wahrscheinlich mit Rekordpegeln rechnen. Denn das Erdreich ist komplett aufgeweicht. Gerade in Baden-Württemberg und in Bayern gab es richtig viel Regen in den vergangenen Wochen. Und da sollen jetzt nochmal 100 bis 150 Liter rein. No way. Das meiste fließt direkt oberflächlich ab, direkt in die Bäche, in die Flüsse. Das heißt, es wird ziemlich rasant gehen hier und da mit den Pegelanstiegen. Und es droht wirklich weit verbreitet ein größeres Hochwasser. Da muss man nicht nur stellenweise mit vollen Kellern und überschwemmten Straßen rechnen. Hier und da können die Häuser auch stellenweise so richtig im Wasser stehen. Wir bei wetter.net bleiben natürlich für euch an dieser Wetterlage dran. Erstmal einen schönen Freitag und Tschüss, bis bald.